Ah, okay. Da wären wir wieder. Ne? Ja, dankeschön. Wie viel haben wir eigentlich? Nicht so viel, es dürfte eigentlich nicht so viel sein. Komm. Ah, 135, okay. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal zu ihm. Warte, ich habe es vergessen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht vom Blitz getroffen. Schön, äh, hier. Ja, ja. Ich habe gerufen. So. Nun wollen wir einmal zu ihm. Ah, ist schon, äh, eine Sache, wenn wir einen Verräter hier unterhaben. Es ist nicht, äh, auf die leichte Schulter zu nehmen. Okay. Ah, ha. Okay. 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 Mhm. Naja, ich sollte an die Front gehen. Du solltest tatsächlich hier bleiben. Ich will ja nicht sagen, aber wenn du im Weg stehst, drückt das auch niemandem was, ne? Dann ist das auch keine Hilfe. So, wir können einmal hier hin. Aber warte mal, ich will nochmal den hier mitnehmen, damit wir das hier auch nochmal, äh... Sag schon, ähm... ...bewegsen können. Bevor wir da hingehen. Ne, dann nehmen wir ihn. Er ist dann teilweise dann doch schneller. So. Ah, okay. Ach, da vorne. Eigentlich ist es ein schönes Land, ne? Also es ist ein richtig schönes Gebiet. Ah, diese ständigen Blitze können einen echt auf den Sack gehen, ne? Ha! So. Ja. Ist noch. Schön. Kannst mal bitte die Karte. Gut. Das hätten wir. Okay. Okay. Genau. Okay, dann können wir mich einmal hier hin. Und dann einmal an die Front. Würde ich mal sagen. Cool, das ging schneller als gedacht. Okay, ne, das ist nicht. Wir müssen da vorne hin. Verreilen wir uns mal. Eieiei, auch mit den ganzen Schiffen hier, ne? Schon krass. Ach, hier ist er ja. Ah, sie kennen wir auch schon. Das ist doch die eine aus dem Gefängnis. Die so stark sein soll. Ja. Okay. Ja. 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 Sie ist expendable zu der Resistance. Das ist ja. Oh. Wow. Ja, das ist cool. Ja. Tja. Ach, die haben sich erst wieder gebetet. Tja. Was denkst du? Willst du kämpfen? Stand, ich werde dich verlieren, das ist dasselbe. Ah, ich dachte, sie kämpft. Sie ist doch die Stärkere. Er ist doch nichts. Ich verstehe das gerade nicht. Naja. Nicht wirklich. Ähm. Was? Was, Bruder? Ja, hab ich jetzt auch den Weg bekommen. Ja. Löff das jetzt immer so ab. So, wer ist jetzt dran? Ja, komm. Mach das doch nicht so spannend. Ja, komm. Mach das doch nicht so spannend. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, wir haben auch Adepten mit uns, ne? Also. Ja. Sag ich auch. Besiegt. Wuhu. Okay. Okay. Mach ich. Oh, sie ist ne Bogenschütze. Wir müssen sie besiegen. Er ist auch Bogenschütze. Ich würde auch gerne mitkämpfen. Wäre mir lieber gewesen, wenn wir alleine kämpfen würden. Okay. Okay. Tu doch was. Tu doch was. Oh. Ich glaube, da kommt gleich jemand. Ja, die Generälin kommt. Hm. Ihr. Ah. Er ist auch hier. Da war sie so lange. Kasuka! We meet again, old friend. Haha. Ihr. Tja. Wir waren keine große Hilfe. Wenn ich ehrlich sein darf. Hiiii. Ich bin, äh, ja. Du kennst mich bestimmt schon. Ja. Ja. Ich kenn ich schon. Mhm. 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 Naja. Keine unmittelbaren. Ja. Ja, das glaube ich. Ja. Sehr gerne. Klar. Mhm. Beidou ist auch sehr stark. Beidou ist auch sehr stark. Das wird schon... Ja. Ja, das machen wir. In der Stille verschwinden die Schatten. Ja. 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 Das machen wir. In der Stille verschwinden die Schatten. Gut. Gut, dann wollen wir mal zu ihm gehen. Nö. Äh, Teppei? Wo ist er denn? Wo ist der Junge? Wo hab ich das nicht, äh, angedingst? Ach, der ist da drüben. Ach, der ist da drüben. Ach, der ist 600 Meter entfernt. Klar ist der schon. Klar ist der schon 600 Meter entfernt. Natürlich ist der schon 600 Meter entfernt. Ich dachte, er soll uns mitnehmen. Lass aber nicht gerade mitnehmen. Lass das Gegenteil von mitnehmen. Mensch. Junge. Kannst du uns doch nicht einfach da stehen lassen. Das macht man nicht. Das ist nicht, äh, das ist nicht nett. So, jetzt haben wir wenigstens nur die 150 Meter. Äh, was macht ihr denn hier? Ja, später. Lasst euch mal hier von den Blitzen treffen. Okay. Ich wollt doch noch hier die Dinge mitnehmen. Naja, dann nicht. Dann ein anderes Mal. Ja. 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 Okay. Cool. Machen wir. Ähm. Ah ja. Allgegenwart unter den Menschen. Ach, ich dachte, er fährt. Wo wollen wir eigentlich hin? Ah, warte. Ah, die Steuerung, die Steuerung, die Steuerung, die Steuerung. Ach, das war das. Nein. Bitte wieder einsteigen. Ach, das war das. Genau. Ich muss erstmal die Steuerung wieder klarkommen, ey. Ah. Das könnt ihr doch nicht machen. Nein. Na, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen mehr Ausdauer. Auch fürs, äh, Schiff. Nein. Ich dachte, wir fahren automatisch. Ich hab doch nicht dran gedacht, dass ich selber fahren muss. Selber mal was. Ich dachte, er sollte uns hier wegbringen und nicht wir ihn. So, jetzt werden wir wieder. Nö. Eie. Eie. Das Wetter ist aber auch scheiße, ne? Das Wetter ist richtig kacke. Alles nur wegen dieser... ...Riesen-Shogun. Eie. 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 donde se schalten können, ne? Und dann werden wir hier die... ...Map. Eie. Und hier ist alles wieder ruhig. Endlich. Ich habe schon gedacht, wir müssen die ganze Zeit hier mit, äh... ...Gewitter und so... ...zurecht kommen. Wahrscheinlich macht sie er nur gewitterweise weiß... ... dass da die Widerstandskämpfer sind und das dann zu erschweren, ne? Das sind Gebiet was das extra Scheißwetter macht oder... Kann ich mir zumindest mal vorstellen. Naja. Ähm. Ähm. Ich glaube nicht, dass wir da runterfahren sollten. Bitte. Komm ich hier wieder raus. Ja. Ich mach mal lieber so. Ich fahr mal lieber hier außen rum. Ist, glaube ich, besser. Ähm. Weiß? Okay. Ach ja, stimmt. Ist zum Aussteigen. Äh. So, dann wechseln wir mal den Charakter. Und guck mal. Ach, davon haben wir gleich ein, äh... Ja, sag schon. Ein Teleportationspunkt. Oh. Überall diese Dings. Man merkt, dass das ihr Gebiet ist, ne? Giedlich. Mhm. Okay. Ich hab nichts gesagt. Auch hier gibt's Gegner. Also vom Wetter her, ne? Und so. Ist halt schön anders. Was? Machen wir einmal. Äh, okay. Einmal wieder voll. Die Ausdauer. Gut, da unten soll sie dann auch sein, ne? Das sieht cool aus. Gerade so mit der Muschel da vorne, ne? Schon sehr nice. So. Dann wollen wir mal. Kann ich wenigstens nochmal einen Schluck trinken? Hatte ich eigentlich gerade vorgab. Okay. Okay. Mhm. Okay. Ähm. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors. So they had me start off by helping in the logistics division. Look, as it is vollkommen in Ordnung. I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. Okay. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Okay. Shoot. It's nearly time for the appointment with her excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. But for now, let's get ourselves over to Sanga... Okay. Cool. Wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja. Wie komme ich da am besten rüber? Ach da. Natürlich. Dann wollen wir mal. Ije, je, je, je. Alles so hübsch, ne? Na dann. Irgendwie kriegen wir das schon geschaukelt. Oh, hier oben ist auch noch ein Dings. Äh, wie komme ich da hoch? Da, ne? Nehmen wir das doch gleich mal mit. Hier. Dankeschön. Okay. Ich dachte, dass ich da runterfalle, deswegen bin ich da so komisch gesprungen. Dass ich dann auch gleich den Gleiter hab. Ich hab nicht gedacht, dass da Boden ist. Okay. We cannot afford any losses. Yeah. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rearguard. Understood. I will think of a way. All right. Ähm, ja. Ich bin die Unterstützung. Ich bin nicht Unsterblichkeit. Unsterblich. Ja. Unsterblichkeit. Unendliche Hausdauer, ich wünschte, ich hätte das. Aber hey, wir kommen dem schon ziemlich nah. Also von daher. Ja. Ja, das ist großartig. Das können unsere Freundin sein, ne? Das ist die Shogun's army. Whatever other motives they may have, we are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Okay. Oh yeah. Don't worry, I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. That's fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The resistance army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. Okay. We'll discuss this with the Logistics division to see what further improvements can be made. Naja, ist ja gut in Logistik, ne? Our supplies are still limited. I must ask you to remain... When will the Vision Hunt decree finally end? Naja, wenn was beendet. That's the question. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryo Commission's attitude just doesn't seem to add up. Okay. The Tenryo Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere. And the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in fo... Traveller, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? I can't wait. Then here is your assignment. I hereby appoint you as Captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit. Oh, cool. Whoa, what? Swordfish too? Is this the same Swordfish Special Ops Unit that I'm thinking of? It's hard enough getting into a Special Ops Unit at the bottom rung, let alone jumping the captain in one fell swoop. Tja. Dankeschön. I'm actually the only one, but good. Swordfish too are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. Okay. The Special Ops Unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. It can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you... Um, what about me, Your Excellency? Any battles you need me to get in... I want to make a contribution... Of course. Naja. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! Okay. Well, well, Traveler, let's... Dann wollen wir mal. Ich hoffe, sie lässt ihnen was mit Logistik machen. Das kann er doch so gut. Das haben wir hier. Da haben wir noch ein bisschen was. Genau. Äh... Und hier. Haben wir hier noch was? Anscheinend nicht. Okay. Hier haben wir auch noch was. Stimmt, wir haben jetzt das dritte Sternbild, ne? Okay. Na dann. Warte mal hier. Okay. Ähm... So. Ähm, okay. Ich geh ja immer runter, ne? Ist... Ist... Ja. Gut. Wie ist das mit dem Hintergrund? Ähm... Na, okay. Ich hab keine Ahnung. Und wie weit ist das entfernt? 200 Meter. Also dürfte es gar nicht so weit entfernt sein. Ach stimmt, wir müssen ja hier die Gegend auch erstmal, äh... Dingsen, ne? Genau. Ich hab ich. Genau. Dann haben wir das aber auch. Brauchen wir die Statuette. Da oben ist gleich so ein Ding, ne? Für die Statue. Äh... Ich muss ihren Palast leider. Erklim. So oder so ähnlich. Warte. Ich wollte das eigentlich von hier aus machen. Du. Meine Güte. Das Klettern ist auch manchmal echt ein bisschen, ne? Heikel. Ja, ein bisschen. Oh, okay. Okay. Das ist, ähm... Nein. Kannst du mal bitte dich festhalten? Ich hasse dich jetzt schon. Oh, hättest du dich nicht festhalten können. Wo ist denn das jetzt? Da oben. Okay, machen wir es mal so. Okay. Wo bist du? Ach, da vorne. Das wollte ich doch nur mitnehmen. Meine Güte. So. Können wir einmal wieder hier hoch. Schmuggeln wir uns wieder, ne? Ja. Müssen wir wenigstens nicht so weit klettern. Hier müsste dann auch irgendwo, äh... Die Statue hätte sein. Da vorne. Okay. Nee. Nehmen wir die einmal mit. Okay. Super. Gut. Dann haben wir die nämlich auch. Schön. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen merkwürdig, ne? Gut, dann können wir nämlich hier einmal nochmal, äh, ein paar Dinge abgeben. Glaube ich. Eins. Okay. Gut. Ist auch. Immerhin. Ne? Besser als nichts. Wie gesagt, dass wir da den Segen bekommen, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Eigentlich durften wir den ja noch gar nicht bekommen. Na, weil sie halt ja voll, äh, gegen uns ist, die Göttin, aber... Ich gehe mal kurz hier hin. Und kann man hier, äh... Wollen wir hier gleich hingehen? Achso. Äh... Ähm... Hier. Einfach jemanden ansprechen. Ja. Ah, okay, cool. Äh, ja. Okay. Ja, komm. Sei doch nicht so fies. Ist doch klar, dass sie so ein bisschen, äh... Bisschen skeptisch sind. Nehmen wir die auch nochmal mit? Ich glaube schon, ne? Sie sind auch Gegner, ne? Hi. Hi. Komm. Hi. Hi, Sean. Komm. Nu, komm mal her. Ja. Oh, das war... Das waren die Typen, die ich dachte... Seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course. Okay. Allow me to introduce myself. My name is Kotoku. Acting Captain of Swordfish 2. Okay. This is Yoshihisa, a fellow veteran of the team. Sehr nice. Äh, gibt's noch andere Wandernde? There are two hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Mm-hmm. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. Okay. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. Okay, dann sehen wir uns das nochmal an. Ah, ja. Was sollen wir denn da vorne? Okay. Cool. Dann wollen wir doch mal da hin. Ach, das ist einmal hier. Gut, dann können wir da easy so hin, ne? Machen wir doch einmal. Ach, ich muss gleich nochmal die Aufnahme, ne? Auch wenn das noch nicht so lange ist, aber mach ich doch mal eben. Moment. Erstmal nicht die Herausforderungsgedönse mit. Ja, genau. Haben wir wenigstens etwas. Äh, ist doch was? Ach, da unten sind ja noch mehr Dinger, ne? Genau, hier. Hängen wir auch noch mit. So, was haben wir hier? Ach ja. Können wir hier nochmal einkaufen? Ich weiß gleich nicht mehr, wie viele haben wir denn eigentlich gerade. Ich guck mal nach. Also viele sind es, glaube ich, noch nicht. Es sind, glaube ich, okay. Einer fehlt. Ich wollte gerade sagen, noch keine zehn. Wir sind einen davor. Ach, ich wollte ja die Aufnahme. Einen Moment. Oh, Mann. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017